Hallo zusammen, hier ist wieder Heutche Langer und heute bin ich wieder für euch in Battle for S.A.G. unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Horden-Only-Toy und zwar eins, was wir über Dienstmedaillen ja spielen können. Ich befinde mich einmal hier in Daza Alor und zwar auf den Koordinaten 51,95. Hier haben wir einen Händler und der verkauft uns neben einem EP-Trank, verschiedenen Transmog-Items, Heirlooms, Pets und dementsprechend Toys, Mounts und sogar Gear-Items. Dementsprechend dieses Toy, um was es heute gehen soll und zwar den solchen Bomber und der kostet einmal 125 Dienstmedaillen. Der Eidgebundenen ist quasi das Pendant zu dem Toy, das ich euch schon bei der Allianz gezeigt hatte. Kostet genau gleich viele, ist auch genauso handhabbar, sprich man kann es auch im Auktionshaus verkaufen. Es ist nicht seiengebunden und ihr könnt es dementsprechend auch im AH kaufen, sowohl die Allianz als auch die Horden-Variante, wenn ihr jetzt nur eine Fraktion spielen solltet. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Dienstmedaillen? Ähnlich wie bei der Allianz gibt es hier auch verschiedene Wege. Wenn ihr eine Warfront besitzt, könnt ihr an der Warfront Worldquests machen. Das seht ihr immer, wenn ihr eine Warfront habt, dass hier diese Portale stehen. Es sind immer täglich fünf Worldquests da, sprich fünf Dienstabzeichen. Wenn ihr beide Warfronts habt, könnt ihr natürlich die an beiden machen, habt dann insgesamt zehn Abzeichen. Zusätzlich gibt es ja noch diese Invasion, die in BFA täglich stattfindet, sogar manchmal zweimal täglich. Es hat zwölf Stunden Cooldown zwischendrin, sieben Stunden geht. Das heißt, es kann eine morgens und eine spätabends sein, aber im Schnitt hat man etwa eine am Tag, die, wenn man vier Worldquests abschließt und die Endquests dann auch macht, auch nochmal fünf Abzeichen kriegt. Heißt am Tag, wenn man beide Warfronts hat und die Invasion schafft mitzunehmen, hat man 15 Abzeichen am Tag. Zusätzlich gibt es dann noch die Warfront, die man angreift. Dort ist es so, dass man einmal eine Quest kriegt, die abzuschließen. Da gibt es ein relativ hohes Gear-Item plus nochmal 15 Abzeichen einmalig. Und die letzte Variante, um an diese Abzeichen zu kommen, sind die Paragon-Kisten. Und zwar ist das das Paragon-Rufsystem bei den Altgebundenen. Hier ist es so, wenn ihr euren ehrfürchtigen Ruf verspielt habt, könnt ihr, wie bei allen anderen Fraktionen in Battle for Azeroth, dementsprechend nochmal extra 10.000 Rufer spielen. Und wenn ihr diese 10.000 Rufer spielt habt, könnt ihr quasi eine Quest abgeben und bekommt eine von diesen schönen Kisten, in dem Fall die Vorräte der Altgebundenen. Und dort sind neben einigen anderen Items auf jeden Fall immer 20 von den Dienstmedaillen drin. Heißt, das ist eine relativ gute Quelle, um an Dienstmedaillen zu kommen, da man durch die anderen Aktivitäten, die ich jetzt aufgezählt habe, sowieso relativ viel Ruf bei den Altgebundenen kriegt. Durch die War-Campaign noch zusätzlich ziemlich viel. Wenn ihr dann zum Beispiel nochmal zusätzlich die Emissary-Bag macht, also sprich die Geschichte, wo ihr hier unten, dass ich es mal zeigen kann, zum Beispiel, ja, so eine Abgesandtenkiste habt für die Altgebundenen, da könnt ihr dann nochmal relativ viel Ruf rausholen oder euer Weekly Cap bei den Inseln spielt. Da kriegt ihr nämlich dann auch nochmal 1.500 Ruf, meine ich, wenn ihr die 36.000 Azerid macht, erspielt habt. Sprich Altgebundenen geht eigentlich am schnellsten die Kiste durchspielen und kriegt eigentlich ziemlich gut was von diesen Dienstmedaillen raus. Das waren jetzt so die Wege, um an die Medaillen zu kommen. Man kann das Ganze hier schön mit Twings farmen. Ich persönlich farme Main gerade fürs Mount, habe auf dem anderen Charge schon fast 700 Abzeichen und auf den Twings quasi hole ich mir dann die restlichen Items, wie unter anderem das Toy oder Pets oder anderen Geschichten, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Wir schauen uns jetzt aber mal den Seuchen-Bomber an sich an. Bomber, und da haben wir den Seuchen-Bomber, das ist nämlich ein Gefährt. Ich hatte euch ja die Gläven-Schleuder bei der Allianz schon gezeigt. Das war ja so eine schicke Gläve und hier haben wir quasi, ja, so einen Katapult, wie wir es von den Untoten können. Und da können wir quasi so solchen Fässer schießen und auch mit dem Ding können wir gegen alle anderen kleinen Mini-Gefährten kämpfen. Da kennt ihr ja schon Krach-Bumm-Flitzer und Konsorten. Und ja, wir können dann natürlich, wenn einer die Gläven-Schleuder und einer hier den Seuchen-Bomber hat, auch schön den Fraktionskampf im Kleinen nachstellen. Ja, das war es mit dem kleinen Toy-Guide an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tillar, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!